Hallöchen meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Horizon Zero Dawn. Ich grüße euch, Aloy ist wieder am Start und jetzt müssen wir heute ein paar Feuerklauen erledigen. Ach je, wie gesagt, ich habe mir überlegt, ich mache jetzt erstmal alle Nebenquests fertig, ja, da gibt es nämlich noch so einige. Und da habe ich mich gedenkt, ja, widmen wir uns heute mal dieser Sache, wird bestimmt lustig. So, weil mit Hades möchte ich mir tatsächlich noch ein bisschen Zeit lassen, weil es gibt hier noch so unendlich viel zu tun. Ja, und das werden wir natürlich jetzt tun, das machen wir jetzt. So, okay, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo wir hin müssen. Das erste Ziel ist gar nicht so weit weg, ja, deswegen werden wir da jetzt erstmal hinspazieren. Ja, wir gehen erstmal zu Punkt Nummer 1, ja, ist klar. Und werden nämlich jetzt erstmal die Feuerklauen platt machen, wird bestimmt lustig. So, pass mal auf. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin, okay, alles klar. Sehr schön, Feuerklauen. Holy moly. Weit ist der erste Punkt zum Glück nicht. Bei den anderen Punkten werde ich dann sehen, dass ich die Schnellreise dafür nutze, ja. Weil es ist dann doch schon ein bisschen laufweg, ne. Den ersten Weg laufe ich jetzt so hin, das ist überhaupt kein Problem. Ja, wir sind topfit. Aber für die anderen Punkte gehe ich dann her und werde dann natürlich, ähm, Dings machen, ne. Dings. Oh, da ist Feuerklaue. Hallo, Feuerklaue. Na, wie geht's dir denn, hä, alles fit? Na, wie geht's uns denn so, hä? Ich hab' mich gedenkt, ich mach dich mal alle, ja. Aua. Oh, scheiße. Oh, holy moly. Wo kommt ihr denn jetzt her, hä? Was wollt ihr denn jetzt? Ach du Scheiße. Oh, holy moly. Okay, okay, die wollen auch aufs Maul, alles klar. Oh, ey. Schau. Sag mal, was ist los mit dir? Oh, jetzt krieg ich aufs Maul, oder was? Oh, jetzt krieg ich auch aufs Maul. Oh, holy moly. Nö, 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 nö. Ey, darauf hab ich jetzt mal gar keine Lust, ja. Ey, der will mich einfach nicht so rumlassen, ja. Oh, holy shit. Ich glaub, ich nehm mal die anderen Pfeile. Da kann man doch Sachen runterschießen. Holy. Okay, das bringt mir auch ein gar nichts. Okay, ich seh mich schon tot, Leute. Ich seh mich schon tot. Irgendwo, 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 ne. Okay, warte mal. Ich, ich glaub, ich brauch ne andere Waffe. Ich sollte mal hergehen, ich sollte mal ne andere Waffe nehmen. Ich nehm mal die hier. Ja. Oh, wo ist er? Da ist er. Da kommt er angeschissen. Oh ja. Oh, du bist auf ihn. Oh. Ich hasse ihn. Dem macht das aber auch alles nix aus, hä? Boah, könntest du mich langsam mal in Ruhe lassen, ey? Ey. Wat ein Sack, ey. Wat ein Sack. Oh, holy moly. Das gibt's echt nicht, du. Oh. Einer weniger. Ha. So. Hab dich. Hab dich. Haha. So. Was sagst du jetzt, hä? Holy moly. So. Das nehm ich mit. So. Das nehm ich mit. Das nehm ich mit. Das nehm ich mit. Jawohl. Dankeschön. Dankeschön für die Kooperation. Holy shit, ey. So. Okay. Bleiben, äh, immer noch, ähm, ganz viele von den Idioten. Hahaha. Okay. Wo ist jetzt hier die Nummer 1? Da ist jetzt die Nummer 1. Okay. Alles klar. Da wäre ein Lagerfeuer. Da komme ich aber jetzt nicht hin. Warte mal. Dann muss ich hier hin. So. Bestätigen. Alles klar. Holy moly. Ey. Das ist ja unnormal. Okay. Alles klar. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Alles klar. Da, da rennen wir mal ganz schnell. Ja. Oh, 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 oh. Wer hätte gedacht, dass die Viecher so stark sind? Ey. Das gibt's ja nicht. Okay. Warte mal. Vielleicht soll ich mal die Gesundheitstrinke mal hier ausrüsten. Ich glaube, das ist ein bisschen besser, ne? Ich glaube, das ist ab bissel besser. Hei, 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 hei. Okay. 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 Ja. Mal sehen, was der Blauglanz wert ist. Der Blauglanz? Der ist bestimmt einiges wert. Haha. Aber ich sammle ihn. Ich sammle den. Ich sammle den. Der ist wichtig. Der ist wichtig. Damit kann ich Sachen verbessern lassen. Aha. So. Ich muss jetzt mal gucken. Holy moly. Ey, die Dinger, die sind ja echt unnormal sind die. Und jetzt ist schon gleich der Nächste hier an der Reihe. So. Da ist das Lagerfeuer. Wird jetzt erstmal schnell hier gespeichert, ne? Ist klar. So. Dankeschön. Habe ich das nämlich auch aktiviert? So. Und irgendwo hier oben ist der Sack. Wo bist du, hei? Wo bist du? Ich finde dich. Da ist er ja. Oh oh. Hey. Holy. Ey, was geht denn hier ab? Ey, habt ihr noch alle Latten am Zaun oder was? Oh, Sarma. Ist doch jetzt langsam mal gut hier, oder? Karma. Oh shit. Oh shit. Keine Munition. Keine Munition. Oh. So. Jetzt ist aber Ruhe hier, ja? Wenn ich bitten darf. So. Okay. Alles klar. Alles klar. Nehme ich alles mit. Sehr schön. Sehr schön. So. Hier war noch so ein Sack. So. Das nehme ich mit. So. Das, das, das. Alles klar. Auch Dankeschön dafür. So. Und das war noch nicht mehr der eigentliche Kampf jetzt. Holy shit, ey. Wo ist denn der Sack? Jetzt oder nie. Boah, hab ich schon mal Ruhe von denen, oder? Nein. Nein. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Sorry. Tut mir leid. Tut mir leid. Oh, da ist er ja. Da bist du ja. Ja, servus. Na, wie geht uns denn, hä? Ja, 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 ist klar, ist klar. Ja, 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 aha, aha. Oh, jetzt mischen die sich hier auch noch rein, oder was? Oh, das gibt es doch nicht. Ey, machst du auch mal eine Pause, oder was? Boah, der macht echt keine Pause, der Zack. Du kannst ihm auch echt nicht entkommen, ne? Du kannst ihm echt nicht entkommen. Oh, nein! Ja, ist klar, ist klar, komm. Oh, ey. So. Dumbatz, hab dich. Holy shit, ey. Okay. Mann, 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 Mann. Da machst du was mit hier. Da machst du was mit. Okay, jetzt mach ich erstmal hier die Dinger fertig. Alles Klärchen, sehr schön. Ich bleib trotzdem erstmal hier bei meinem Bogen, ne. Ist klar. So, dann hab ich immer noch so viele von denen. Holy moly. So, uh, erstmal hier ein bisschen Loot. Das tut gut. Yay, dankeschön, dankeschön. So, was ist das hier? Na, freilich. So, okay, alles klar. Wollen wir mal hier gucken, ob ich hier mal ein bisschen was Heilungsmäßiges finde, ne. Oh, guck mal hier. Natürlich, ich muss ja hier ein bisschen das wieder ein bisschen auffrischen, ja. Damit wir ein bisschen Heilung auf Tasche haben. Holy moly. Uh, die weißen, die bringen aber richtig Stoff hier. Oh, ho, ho. Okay, wie sieht's hier oben aus? Gibt's ja auch noch was Interessantes. Bestimmt, ne. So, danke. Medizinbeutel ist wieder voll. Das ist sehr gut. So. Ah, hier. Nochmal hier so eine Kiste. Dankeschön. Sieht gut aus. So. Okay, zwei Feuerklauen hab ich erledigt. Jetzt bleiben noch, äh, drei übrig. Ha. Oh, holy moly. Okay, das nehm ich alles mit. Da ist noch der andere. So, pass mal auf. Hier. So, okay. Was für ein Pfund. Ja, was für ein Pfund. Ganz genau. Ja, sieht gut aus. So. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten. Gehen wir mal zum nächsten. Welcher ist jetzt dran? Äh, äh. Äh, okay, machen wir erst mal den hier oben, würde ich sagen. Der ist am weitesten weg. Habe ich da irgendwo ein Lagerfeuer in der Nähe? Was ist denn das hier? Kühnfels. Okay. Hier oben ist anscheinend nirgendwo ein Lagerfeuer in der Nähe, ne? Warum ist hier kein Lagerfeuer in der Nähe? Was ist denn los mit euch? Wo habe ich denn hier das nächste Lagerfeuer? Okay. Ja, dann gehe ich halt mal dorthin. Ne, müssen wir halt ein bisschen rennen. Okay, Leute, dann hole ich euch wieder dazu, wenn wir dort angekommen sind. Dann ist der Sack, Leute. Und er ist nicht alleine. Er ist nicht alleine. Okay, dann versuche ich den jetzt mal auf die geschickte Art und Weiche zu bekommen, ne? Okay. Das würde er mir bestimmt nicht verzeihen, aber egal. Egal. Ja. Wollen wir mal sehen, ob ich das da hinten treffe. Komm schon. Ich bin bereit. Ich habe keine Waffe. Schach, wo kommst du denn her? Du Sack. Was willst du denn jetzt? Warum mischst du dich ein, ne? Warum musst du dich jetzt einmischen? Ui, das kannst du dir nicht ausdenken, ey. Komm ab, du blöde Maschine, du. Mann, 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 Mann. Ja, ist klar, ist klar. Jetzt krieg ich mir böse aufs Maul. Ja, nur weil diese bescheuere Maschine sich eingemischt hat hier. Holy Moly. Ja, 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 ist klar, ist klar. Oh, kommt der hier hoch? Ich weiß, ja. War ja irgendwie klar, ne? Okay, warte mal, wir gehen mal rüber zu der Mappe hier. Ja, 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 ja. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Oh, der macht einen aufs Sumo-Ringer, ey. Das gibt's ja nicht. Der macht mich alle. Der macht mich alle. Ey, ich warte es nicht. Ich warte es nicht. Der lässt mich auch hier keinen Millimeter irgendwie agieren. Du, der Stuck, der Blöde. Hey. Dass der auch so schnell ist, ey. Ich fass es nicht. Und noch einer. So. Jetzt hast du davon, du. Blöder, du. Ja, rutsch runter. Rutsch runter, ja? Ja, ja. So, hast du davon. Dankeschön. Ja, ihr Blödenmaschinen. Ihr müsst euch immer einmischen, ne? Immer. Ja, du auch. Kein Problem. Hier kriegst du. Krieg. Oh, scheiße. Ohne Munition geht nicht, ne? Ohne Munition ist scheiße. Bitteschön. Bitteschön. Habt ihr davon, ja? Lasst euch das eine Leere sein. Oh, wo ist der andere? Da ist der andere. Okay, alles klärchen. Holy moly. Kannst du dir nicht auch denken, die Scheiße? Eieieiei. Okay, wer ist da noch? Guten Tag. Du auch? Kein Problem. Bitteschön. Das gehört jetzt mir. Aha, ganz genau. So, Dankeschön. So, jetzt gucken wir mal hier auf die Schnellkarte. Ja, wo wir hin müssen. Oh, 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 oh. Okay, wir müssen dann wieder ein bisschen latschen. Das ist aber kein Problem. Machen wir. So, gehen wir dorthin, Leute. Ich hole euch dann gleich wieder dazu, wenn wir dann dort sind. Ne? Geht ein bisschen schneller. So, Leute. Jetzt wird's lustig. Zwei Feuer klauen. Da ist Aratak. Jetzt wird's lustig. Pass mal auf hier. Ich könnte ihr helfen. Wir sollten diese treffen lassen. Werden wir. Sobald wir sie vertrieben haben. Okidoki. Aber Aratak, warte mal ein bisschen, ja? Ich muss erst mal hier ein bisschen, warte hier, erst mal ein bisschen looten, ja? Das könnte mich sonst hier wehtun, ja? Immer so ganz nebenbei. So. Ok, warte mal. Kann ich von dem da welche herstellen? Jawoll. Sehr schön. Ach, das läuft doch. So. Ok. Ja, ich sollte mir nicht jetzt ein bisschen geschickt reingehen, ne? Aratak. Ok, pass mal auf. Pass mal auf. Jetzt wird's laut. Ja, ja. Ja, ja. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Du Arsch, du Bläder. Ach hier, da ist schon der Zweite. Ok, alles klar. Der Zweite mischt sich auch gleich mit ein. Ist in Ordnung. Ja, 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 ja. Ist nur Atom. Ist nur Atom. Ja, ja. Ja, bitteschön. Kriegste. Kriegste. Da. Kriegste. Oh, egal wo ich hinkriege. Egal wo ich hingehe, er gibt es nicht. Steht ihr? Selbst wenn ich Ausweichsprung mache, ja? Selbst dann. Der Sack. Ja, ja. Ist klar. Ist klar. Ist egal. Ist egal, wo ich hinrenne. Er kriegt mich. Er kriegt mich einfach. Instant. So, okay. Wie gefällt mir das Ding hier, hä? Wie gefällt dir das hier? Komm mal, hier kriegste. Kriegste. Kriegste nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Komm mal raus, hier. Wo schön war ich net mit dir. Oh, was ist das? Oh, ich hasse die Viecher, ey. Ich hasse sie. Das Schlimmste ist ja, dass du vor diesen Viechern net wegrennen kannst. Ja, ist klar. Mach mal wieder einen auf Sumo-Ringer, ja? Oh, der letzte. Oschloch. So. Heiligsblechle, ey. Oh, dankeschön. So. Danke. Zwei von uns, zwei von Ihnen. Das ist ein fairer Kampf. Ihre Anzahl hat sich stark verringert, dank dir. Kümmern wir uns darum und schützen Sion. Sie spricht wie die Schamanen. Nur deutlicher. Das Echo meiner Schwester halt in ihr. Pass auf dich auf, Aratak. Leb wohl. Jawoll. Okay, alles klärchen. Schön, dass wir das gemacht haben. Was ist jetzt? Rede mit Naltuk. Okay, alles klar. Ich rede mit Naltuk. Wo ist Naltuk? So. Okay, wo ist Naltuk? Da irgendwo ist Naltuk. Okay, alles klärchen. Dann gehen wir doch dort mal hin. Hier ist ein Lagerfeuer. Ähm, hallo? Oh, ich habe keine Schnellreisepakete mehr. Oh, das ist natürlich schlecht, ne? Oh, warte mal. Herstellen. Äh, Fein, Tränke, Tragekapazität, Munition, Reisen. Da ist es doch. Hier, guck mal da. Ähm, flupp. So, mache ich mal. Wie viele kann ich machen? Okay, ich mache mir mal einfach so, ähm, keine mehr. Ja, okay, alles klar. Sehr schön. Schön, dass wir darüber geredet haben. Holy moly. Okay, ich brauche auf jeden Fall wieder, äh, Stöckchen. Ja. Ich habe blauen Glanz. Den kann ich eintauschen. Wasser am Bleiben. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, du lebst auch noch. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich habe dich gar nicht gesehen. Sorry. Tut mir leid. Oh, böse. Böse. Wir sind die Nächsten, die wir nicht kennen. Oh, könntest du mal bitte stillhalten? Was ist los mit dir? Heilig, ey. So, Dankeschön, Dankeschön. So. Waren Banditen. Okay, warte mal. Hier. Das war ein Banditenkrieger. Ja, leckumio. Okay. Das seltene Teil ist doch eigentlich immer gut, oder? Ist das nicht gut? Es ist gut. Bestimmt. So. Okay. Alles klar. So. Aber jetzt, Leute. Sorry. Jetzt geht es zu Naltuk. Ja? Holy moly. Mal gucken, was Naltuk für uns hat. Ei, 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 ei. So. Okay, wo ist Naltuk? Naltuk. Äh. Da irgendwo entlang? Ja, hier. Okay, dort. Dübi, 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 dübi. Wir gehen mal hier rüber. Hallo, Naltuk. Na, wie geht's? Ich... ich hörte. Aratak erzählte mir von Urea. Es tut mir leid, Neidok. Keine Entschuldigung. Aratak sagte, sie war am Ende von blauem Licht erfüllt. Sie bekam, was immer sie wollte, nicht wahr? Immer, wenn ich Zweifel habe, möchte ich ihre Führung haben. Und dann fällt mir ein, ich werde nur meine eigene bekommen. Und die wird ausreichen müssen. Es gibt viel zu tun. Die Feuerklauen. Aratak bat mich, bei der Jagd zu helfen. Eine harte Aufgabe. Aber sie beschäftigt mich etwas, also... Ich bin dafür ziemlich dankbar. Meine Speer verfolgen sie durch den Schnitt. Okay, was Urea wollte. Mir gefällt der Gedanke, Neidok, dass Urea bekam, was sie wollte. Ich denke, das hat sie sicher. All ihre Taten. Die Flucht vor den Karja. Die Gespräche mit der Stimme. Der Sieg über den Dämon. Jedes Ziel, das sie sich setzte, hat sie erreicht. Und am Ende wurde sie mit dem blauen Licht selbst belohnt. Den Liedern nach können wir das Licht nicht in uns tragen. Unsere Herzen sind finster. Aber für einen Moment, bevor sie ging, fühlte sie sich hoffentlich als ein Teil davon. Okay, deine eigene Führung. Klingt nicht, als würdest du dir ihre Nachfolge zutrauen. Sie war inspirierend. Was auch immer uns zustieß. Die neuen Maschinen. Das Massaker beim Donnerkamm. Wir würden es überstehen. Weil sie Schlimmeres erlebt hatte. Ich habe einfach nicht ihr Selbstvertrauen. Vertrauen verdient man sich. Auch Selbstvertrauen. Du hattest ihr Vertrauen, oder? Sie hat es dir zugetraut. Genau wie ich. Wirklich? Ich hätte das nicht gesagt, wenn es nicht so wäre. Dann sollte ich wohl besser deine Erwartungen erfüllen. Okay, wegen der Feuerclown. Ich habe die Feuerclown schon gefunden, Haltuk. Es ist vorbei. Das war's dann. Das letzte Werk des Dämons ist beseitigt. Ureas Lied wurde zu Ende gesungen. Dank deiner Taten ist der Schnitt jetzt viel sicherer geworden. Nun ist es Zeit für einen Neuanfang. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. So wie wir alle, Eloy. Danke. Okidoki. Sehr schön. Dann haben wir jetzt die Aufgabe nämlich auch erledigt. Geil. Holy moly. 16.000 EP. Läuft. Und ein Blauglanz. Und eine Belohnungskiste. Yay. Leute, das läuft. Aha. Schön. Okay. Ähm, Leute. Damit ist aber diese Folge am Ende. Ich sage Dankeschön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ihr seht jetzt hier an der Seite nochmal zwei weitere Folgen. Leute, ich hasse es, wenn die Leute hier die ganze Zeit am Reden sind, obwohl ich gar nicht mit euch interagieren möchte. Was ist los mit euch? Eieiei. Die sind immer am Reden. Immer am Reden. Könntet ihr vielleicht mal bitte die Klappe halten? Egal wo ich hingehe. Egal wo. Ja. Egal wo. Ich will hier die Abmoderation machen, Leute. Was ist los mit euch? Ich habe jetzt gerade nicht das Bedürfnis, mit euch zu reden. So, jetzt stehen wir hier. Okay. Leute, nochmal von vorne. Jetzt seht ihr hier an der Seite nochmal zwei weitere Videos plus die Playlist und natürlich die Verlinkungen zu meinem Hauptchannel. Schaut da gerne auch mal vorbei. Würde mich natürlich freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Lasst es euch gut gehen und bleibt mir auf jeden Fall gesund. Meine Scheiße, ne. Jetzt habe ich es nicht gekriegt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wow.